Was wohl hinter dem nächsten Hügel liegt? Man darf nie auf der Stelle treten, sondern muss vorwärts gehen. Wenn man das nicht tut, zerbricht alles um einen. Wie geht's weiter? Abschneiden. Und schleppen. Nimmst du das? Ich packe es von hier an. Mal sehen, ob's klappt. Jesus. Nein. Nicht runterfallen. Schatz, warte. Gib mir eine Sekunde. Bereit? Eins, zwei und hoch. Sehr schön. Ich komm zu dir. Eins, zwei und hoch. Okay. Da soll's hin. Okay. Fertig. Sehr gut. Ich würde noch ein Brett darunter legen und dann einen Stamm als Mittelträger. Okay, dann los. Es hat Jahre gedauert, bis Chris und ich genug Geld für das Schneemobil hatten. Es ist das Teuerste, was wir besitzen. Das sieht gut aus. Es muss funktionieren. Die Brücke muss standhalten. Das war's. Aber man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Meiner Erfahrung nach hat am Cosner noch nie etwas gut funktioniert. Das ist gut aus. Ich bin mit dem Schlimmsten rechnen. Es wird sich nicht biegen. Ich bin mit dem Schlimmsten rechnen. Das ist gut. Ich bin mit dem Schlimmsten rechnen. Gerade breit genug. Sehr gut, Chris. Fantastisch. Endlich ein neues Gebiet. Das ist so aufregend. Darauf haben wir lange gehofft. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017